Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, um eine Frage zu beantworten, die Sie mir hinterlassen haben, mal sehen, ob in einer Vakuumpumpe, wenn Sie sich auf eine Seite drehen, sie Luft aufnimmt und wenn Sie sich auf die gegenüberliegende Seite drehen, stößt sie Luft aus, mal sehen, eh nein, ok, nicht weil da Vakuumpumpen ein Rückschlagventil hat, Sie ein Rückschlagventil haben, hier zum Beispiel eine Tox-Typs-Schraube hat, das behebt es, ich habe es schon gelockert, ok, Sie es herausnehmen, Sie können einen sehr, sehr einfachen Test machen, ob es funktioniert, wenn Sie sich auf die eine Seite drehen, sorgt es und wenn es auf die andere Seite dreht, nimmt es die Luft wieder heraus, weil es seine Funktion nicht erfüllt, ok, naja, hier haben wir das Rückschlagventil, eine Möglichkeit sehr einfach zu überprüfen, ob es funktioniert, indem Sie hier durchblasen, hier durch, ok, eine sehr, sehr einfache Methode, um zu überprüfen, ob das gut funktioniert, indem man sich die Tatsache zunutze macht, dass es einen Geburtstag gab, einen Ballon aufstellt und also stellen wir sicher, dass es gut funktioniert, wir setzen den Ballon ein, wir blasen hier durch, das wäre so, als würde die Vakuumpumpe saugen, sie wird dieses Vakuum erzeugen, wir blasen, ok, da ist der Ballon, er sollte nicht entleeren, es sei denn, der Mund ist etwas mehr das eine oder andere groß, dann da, naja, man kann dort eine gleiche Schnür legen, oder mit einem kleinen Flansch oder etwas anderem befestigen und da sieht man, dass der Ballon nicht entleert, das funktioniert perfekt, ich sagte, es ist ein sehr einfacher Test, den jeder machen kann, ja, der Ballon ist entleert, ist, dass das Ventil nicht funktioniert und dann, nun, dies müsste, oder das Ventil wechseln und ein anderes Ventil finden, aber sie, verkaufen sich normalerweise nicht, tauscht diese Ventile oder die Vakuumpumpe müsste getauscht werden, ok, naja, da hast du das Video, wenn es nützlich war, vergiss nicht ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.